Guten Morgen, ja ja, guten Morgen. Guten Morgen, wir freuen uns, dass ihr genauso viele Augenringe habt wie wir. Das sind keine Augenringe, das sind Schatten großer Taten. Genau. Von großen Taten wollen wir heute berichten. Herzlich willkommen zum CCC Jahresrückblick. Der Rückblick ist diesmal ein bisschen anders, als ihr sonst gewohnt seid. Wir haben ein bisschen mehr Fokus darauf gelegt, was in den vielen AFA-Kreisen und lokalen Gruppen passiert. Der CAC Computer Club ist ja strukturiert als quasi ein Netzwerk von lokalen Gruppen, in denen eine Menge Aktivität passiert, aus denen noch viele Aktivitäten, die wir dann in der Pressearbeit und nach außen repräsentieren, entstehen. Und da wollen wir auch diesmal ein bisschen mehr drauf gucken. Aber zuerst fangen wir an mit den traditionellen... Ja, mit den Mitgliederstatistiken. Also auch wenn dieser Jahresrückblick ein bisschen anders wird, so fangen wir trotzdem mit der Neumitgliederentwicklung an. Und wir haben diese Jahr erstaunlicherweise quasi eine Verdopplung der Neumitglieder im Vergleich zu letztem Jahr. Und ich will vielleicht die Gelegenheit... Also die Neumitglieder sind die 823. Ich würde natürlich gerne die Gelegenheit nutzen, da mal einen Dank auszusprechen. Zum einen, also es gibt eigentlich zwei Kategorien-Mitglieder, die bei uns, man muss eigentlich mal ein Papier ausdrucken, ein Formular ausfüllen und hinschicken. Obwohl wir natürlich überhaupt keine Mitgliederwerbung machen, sind zum einen diejenigen, die uns glaube ich nur unterstützen wollen und also so eine Art Supporting-Member werden. Und dann gibt es natürlich aber auch die, die sich in ihren Airfas breit machen und schöne Projekte anstoßen. Und eigentlich können wir uns aber nicht nur für die Aktiven, sondern auch eigentlich für alle Mitglieder bedanken, weil sie natürlich irgendwie die Arbeit im CCC und auch diese Veranstaltung in gewisser Weise ermöglichen. Und bei der Gelegenheit wollen wir uns natürlich immer bedanken. Und wir haben sogar, wie immer, bei diesen 823 den berühmten besonderen, die Eintrittswelle, die immer passiert, kurz vorm Kongress noch nicht mit drin. Die Zahlen lagen nicht vor, weswegen wir wie jedes Jahr auch eine Projektion haben, die aber leider nicht mehr auf unsere Skala passte. Achso, oh, und wir haben auch mal wieder eine Aktualisierung der Karte unserer Chaos-Treffs und Airfakreise. Wobei hier unten auf der Karte wäre natürlich noch der neu gegründete Schweizer CCC dabei, über den wir uns natürlich auch freuen. Und oben auf der Karte fehlt ja auch noch eigentlich unser kleiner Ableger in Bristol. Aber zumindest sieht man, dass sich doch eine steigende Anzahl von Airfakreisen und Chaos-Treffs in Deutschland so materialisiert. Wir werden auch nicht aufhören, bis dann alles rot ist. Die Weltübernahme, ja. Generell gilt, wir hatten in diesem Jahr eine ziemlich aktive Umzugsszene innerhalb der Hacker Spaces. Und der Airfakreise, da wird mein Erdgeist ein bisschen was zu sagen. Genau, aus Gründen, die wir später noch erläutern werden, ist Hamburg. Neue Räumlichkeiten gezogen. Ist gar nicht so weit weg von 29C3. Richtig fußläufig. Und haben auch sofort angefangen, offene Diensttage wieder einzuführen, in denen sie Besucher erwarten. Kaiserslautern hat sich ein ehemaliges Küchenstudio genommen, wo sie in kleinen Compartments angefangen haben, dort ihre Küche, Werkstatt, Arbeitsraum auf 80 Quadratmetern, auch schön im Innenstadtbereich, zu Fuß zu erreichen, eingerichtet haben. In Bamberg genau dasselbe, eine ehemalige Kneipe, die haben Herr Merz, den Bugspace, wie sie ihn nennen, eröffnet, mit einer ziemlich coolen Eröffnung, wo es Vortragsprogramm gab, wo es flauschig gewesen ist. Und Freiburg ist in der Nähe des Siegesdenkmals eingezogen im Jugendkulturzentrum und machen dort montags, dienstags inzwischen offene Veranstaltungen, zu denen Gäste herzlich willkommen sind. Köln ist nach Ehrenfeld gezogen, in die Heliosstraße, haben dort in echt heroischen Baueinsätzen Fußboden neu gemacht, Küche gebaut, Wände verbaut und wie es vorher aussah, eine Bruchbude zum richtig coolen Hackerspace umgebaut. Und auch Karlsruhe hat sich im Keller noch einen eigenen Raum für Hackprojekte geschaffen. Und diese Entwicklung ist zu begrüßen. Wir haben der CCC und die Erfers leben davon, dass wir Räume haben, in denen wir uns treffen können, in denen wir unsere Erfahrungen austauschen können, in denen wir uns gegenseitig Infrastruktur hinstellen können. Und diese Räume geben uns die Energie, die wir dann oben bündeln und für unsere politischen Aktivitäten auch gebrauchen können. Deswegen ist es sehr wichtig, dass auch weitere Chaos-Treffs sich einfach erstmal lose zusammenfinden und dann im Laufe der Zeit in Erferkreise promotet werden. So ein Chaos-Treff entsteht ja, wenn sich zwei Hacker zusammensetzen und sagen, wir trinken mal ein Bier und reden über Technik. Da kann man ja relativ einfach sowas gründen. Dann schickt man noch eine Mail, dann darf man noch die Mailing-Liste und wird auf der Webseite eingetragen und bekommt einen neuen roten Punkt im nächsten Jahr. Die Liste ist nicht so ganz vollständig. Es war doch mittlerweile immer schwieriger, alle Chaos-Treffs und Erfers und deren Umzugsaktivitäten oder Umbauaktivitäten noch zu erfassen. Aber es sind so die Wesentlichen. Wenn wir jemanden vergessen haben, so möge er uns verzeihen. Dortmund ist auch umgezogen. In Dortmund wurde die alte Bruchbude neu gemacht. Seid ihr umgezogen oder habt ihr da renoviert? Ich erzähle das gleich nochmal. Dortmund hat die obere Etage des Hackerspaces komplett schick ausgebaut, neuen Fußboden gemacht und dort einen dem Kasten mit der würdigen Hackerspace draus gebastelt und zu München erzählt. Ja, wie immer auch ein wenig Statistik. Die Zeit Online hat ja dankenswerterweise eine API bereitgestellt, mit der man auf den Textmengen von der Zeit und von Zeit Online arbeiten kann. Dann haben wir natürlich auch mal geguckt, wie sich denn so die Begriffshäufung Chaos-Computer-Clubs über die Jahre entwickelt hat. Und was wir da relativ klar sehen können, auch selbst wenn die Daten nach 2004 möglicherweise fehlerhaft sind, ist ein klar massiv gestiegenes Interesse und eine massiv gestiegene Häufigkeit der Erwähnung des Clubs. Wir können eigentlich davon ausgehen, dass der Zeit Online relativ repräsentativ für den Rest der Medien ist. Was wir sehen, ist, dass die Themen, um die wir uns kümmern, also sowohl Technologie als auch die Auswirkungen von Technologie auf die Gesellschaft und auf die Politik, eine zunehmende Relevanz haben und auch zunehmend in den Alltag von Menschen eindringen. Was wir jetzt auch sehen hier an, wie voll es hier geworden ist, wie viele Leute gekommen sind und auch was für neue Communities dazugestoßen sind, die für unsere Themen Interesse haben oder sich da angesprochen fühlen. Das macht halt auch eine Menge Arbeit, aber auf jeden Fall ist klar, dass die Art und Weise, wie der Club sich da positioniert, also zu sagen, wir sind eine unabhängige Instanz, wir sind dafür da, im Zweifel Expertise zu bringen, die nicht von irgendjemandem das Interesse geleitet ist, dass die da auch zunehmend größeren Anklang findet. Wir haben uns diese Begriffe natürlich auch nochmal, wie wir das immer machen, in diesem Jahr angesehen, es führt allgemeiner Themenraten, kann jemand irgendeinen von den Peaks identifizieren? Das ist, glaube ich, nicht so schwer, oder? Also ich sehe jedenfalls, sollte ich die Kongresse und ihr? Also es ist natürlich schon so, dass der Kongress und die Themenvielfalt letztes Jahr wie auch dieses Jahr natürlich immer so ein bisschen die Berichterstattung dominieren, aber aus meiner Sicht ist der Kongress natürlich auch für den inneren ECCC-Austausch ziemlich wichtig, weil sie einfach Projekte, die sich hier so ein bisschen präsentieren können, auch ein bisschen besser kennenlernen. Für die Webseite und unsere Pressemitteilungen haben wir ein kleiner Wörter wieder gemacht, wobei hier, man sieht jetzt, wie wir uns auch bemühen, englische Pressemitteilungen zu integrieren. Und Wördel schafft es nicht, zwei Sprachen auszuschließen. Da konnte man sich aussuchen, ob dann dieses Wördel mit der, die, das und und oder mit die, to und end vollgepackt ist. Aber wir sehen hier die Themen, die uns dann im Jahr beschäftigt haben. Das Bundesverfassungsgericht, wo wir jetzt zur Antiterrordatei eine Stellungnahme abgegeben haben. Auch noch der Staatstrojaner natürlich, der seine Fühle aus 2011 noch weit ins Jahr gestreckt hat. und unsere Cybercrime-Initiativen und was das Wort Vertrauen dort ins Wördel geschafft hat. Weiß ich nicht, hast du eine Idee? Nein, ich glaube, wir haben auf jeden Fall gesagt, das Vertrauen gut ist, aber Kontrolle besser. Was nicht Lenin? Okay, dann wollen wir mal in die Themen einsteigen. Wir werden diesmal nicht so ganz, wie wir das sonst immer machen, vom Januar bis zum Dezember durchgehen, sondern mehr so ein paar, man muss sich das vorstellen, wie eine Blume, wo wir, ne, ich höre mal auf. Wir fangen trotzdem mal im Januar an. Genau. Im Januar wurde uns ein interessantes Dokument zugespielt, nämlich das Gutachten des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht zur Vorratsdatenspeicherung. Die Situation damals war die, dass die Diskussionen um die Vorratsdatenspeicherung mal wieder hochkocht in der Politik und auch sozusagen Farbentscheidungen darüber anstanden, ob dieses Thema wieder auf die politische Agenda gehievt werden soll. Die Strafverfolgungsbehörden haben mal wieder laut rumgejammert, dass sie ohne eigentlich überhaupt nicht strafverfolgen könnten. Und dieses Gutachten wurde unter Verschluss gehalten. Also es wurde halt gedeckelt mit dem Ziel, die darin enthaltene ziemliche Ohrklatsche für die Vorratsdatenspeicherung aus der aktuellen Diskussion damals rauszuhalten. Wir haben es dann halt publiziert. Das hat auch einen relativ großen Einfluss gehabt, weil in diesem Gutachten halt ein völlig unabhängiges und also keiner rechtsstaatfeindlichkeit verdächtiges Institut zum Schluss kam, dass es eben keine sogenannte Schutzlücke gibt, also dass die Vorratsdatenspeicherung mitnichten das einzige Mittel ist, mit dem halt irgendwie schwere und schwerste Straftaten aufgeklärt werden können. Das passt natürlich den Innenpolitikern nicht so ganz ins Konzept. Dieses Thema Überwachungstechnologien hat uns eigentlich das ganze Jahr über begleitet. Also es war eines der wesentlichsten Themen sowohl in der Pressearbeit als auch in der politischen Lobbying, um das wir uns gekümmert haben. Da gab es noch mehrere andere Komplexe, zum Beispiel die Funkzellenabfrage, wo in diesem Jahr deutlich wurde, wie groß der Umfang von Funkzellenabfragen ist, also wie oft von Strafverfolgungsbehörden auch aus relativ vernichtigen und kleinen Anlässen die Daten von Funkzellen aus ganzen Gegenden abgefragt werden. In Dresden zum Beispiel bei den Anti-Nazi-Demos wurden teilweise über Tage hinweg die Funkzellen abgefragt und dann kam auch raus, dass in Berlin die Funkzellenabfrage mittlerweile ein Standardmittel geworden ist, wo halt versucht wird, mit diesem Mittel halt irgendwie so was wie Brandstifter von Autos und sowas zu fangen. Ist aus meiner Sicht für die Funkzellenauswertung auch ein Thema, wo wir doch bei vor allem Netzpolitik auch eine Menge verdanken können, die anders als eigentlich der ganze Trend in den Medien immer wieder darüber berichtet haben und da auch dran geblieben sind, sodass das überhaupt ein Thema wurde und jetzt letztlich auch debattiert wird und inwieweit man es zum Beispiel irgendwie juristisch regelt. Also ich glaube, was wir halt nicht zulassen dürfen bei der Funkzellenabfrage ist, dass es so ähnlich kommt wie beim Telefonabhören, dass es irgendwie zum Normalität wird, dass sie dann einfach die Funkzellen Daten abgreifen. Aber ich glaube, also zumindest die Sensibilität dafür ist erstmal schon mal da. Aber da haben wir aus meiner Sicht zumindest Netzpolitik dort auch eine Menge zu verdanken. Auf jeden Fall. Ein anderes Thema in dieser Überwachungstechnologie-Debatte war natürlich die Sache mit dem Staatstrojaner und den anderen Trojanern, die so gefunden wurden. Also insbesondere halt Gamma war ja häufiger in der Presse mit Finnfischer, aber auch andere Trojaner und Systeme, um den Computer von Bürgern von staatlicher Seite aus zu infiltrieren, wurden immer wieder diskutiert und waren immer wieder auch Gegenstand von Presse-Nachfragen. Und die, ja, ich meine, die Geschichte mit dem Bundeskriminalamt ist immer noch versucht, Leute zu finden, die Trojaner programmieren. Für sie können wir, denke ich mal, als einen gewissen Erfolg werten dafür, dass es uns bisher gelungen ist, ihnen das Talent abzugraben und dafür zu sorgen, dass niemand irgendwie diese Drecksarbeit machen will. Also die Überwachungstechnologien in den verschiedenen Facetten haben uns immer wieder beschäftigt. Wir werden jetzt hier nicht näher auf andere Überwachungstechnologien eingehen. Das ist ein großer Komplex, für den wir auch nicht wirklich Zeit haben, hier im Einzelnen darzustellen. Aber es gibt einen zweiten Komplex, der uns eigentlich das ganze Jahr beschäftigt hat, wie die ganz, also wie viele andere netzpolitische Aktivisten. Und das ist natürlich die ganze Frage um die Durchsetzung der Urheberrechte, um Akta, um Sopa, um Pippa. Aber sicherlich auch um die Debatte, die sich dann in der größeren Öffentlichkeit dargestellt hat, über die Führtons der Zeitungen. Und da fangen wir sozusagen auch am Jahresanfang an. Also wie ihr seht, haben wir durch das Schwarzschalten unserer Webseite eigentlich fast eigenhändig Sopa verhindert? Also mit natürlich dem innovativsten Text, den eigentlich alle hatten, oder? Ja, man sieht, dass uns in der Zeit die Causa Wulff noch beschäftigt hat, dass da auch Guttenberg noch ein Thema gewesen ist. Nach Causa Wulff ging es darum, dass man sich einfach von seinem Freund nochmal schnell 500.000 Euro leihen können, sollen dürfte. Aber der Schlagschatten ist es. Ich sage dir, alles ist besser mit Schlagschatten. Ja, ich weiß auch nicht, wie kommt eigentlich dieser Schlagschatten? Wer hat das eigentlich gemacht, Erdgeist? Wir hatten aber ganz ernsthaft, Sopa war ein Gesetzentwurf in den Vereinigten Staaten, wo heimlich, still und leise Verschärfung des DMCA eigentlich eingeführt werden sollte, dem es dann Rechteninhabern auf nicht mehr nachvollziehbare und ziemlich perfide Art und Weise ermöglicht hätte, ja, netzbediebig schon mal vorsorglich zu zensieren und demjenigen, der versucht, Inhalte zu veröffentlichen, eine unnötige, ja, das unnötig zu erschweren. Und in die große Welle des Protestes gegen diesen Gesetzentwurf hat sich der CCC im Januar und Februar dann eingeklingt. Ich denke, es war ja noch so ein bisschen, bevor klar wurde, dass die ACTA-Proteste so ein großer Erfolg werden und irgendwie auch ein gewisses Erdbeben auslösen, weil der Protest so international war. Aber ich finde jedenfalls, dass für die Sopa-Proteste, die sie bei Beginn dieser ganzen Welle waren, vor allen Dingen auch mal ein Dank der Wikipedia gehört, die dadurch, dass sie mitgemacht haben, ganz andere Leute an die Problematik herangeführt haben. Denn die Wikipedia mal schwarz zu stellen, denke ich, hat Leute, die sich niemals mit solchen Themen irgendwie beschäftigen, da herangeführt. Das war, denke ich mal, eine ganz gute Aktion. Diese Diskussion um diese vier Buchstabenregulierung sind natürlich nur ein Teil eines Ausschnitts einer größeren Debatte, wo es halt eben darum geht, dass Staaten und natürlich auch die entsprechenden kommerziellen Interessen immer mehr und immer kräftiger versuchen, das Internet zu regulieren oder sich da irgendwie einzumischen. Und die Frage darum, inwieweit kann der Staat da eingreifen oder sollte der Staat da eingreifen, an welchen Stellen und im Namen welcher Interessen, hat dann auch die Diskussion im Rest des Jahres relativ stark dominiert. Die wird meistens noch relativ konkret geführt, nicht auf einer Abstraktionsebene, wo man mal so zu Grundsätzen kommen könnte. Eines der Beispiele dabei ist halt auf jeden Fall die Netzneutralitätsdebatte, also wo es darum geht, ob die Internetunternehmen quasi den Verkehr im Internet nach ihren eigenen kommerziellen Interessen shapen und regulieren dürfen und was immer wieder gerne benutzt wird, um zu sagen, okay, der Staat sollte nicht eingreifen ins Netz. Also da sagen halt so Google und Co. sagen halt so, nee, da sollte der Staat doch lieber nichts machen. Wo wir sagen, okay, also wenn die Internetunternehmen nicht in der Lage sind, irgendwie ihre Geschäftsmodelle so zu strukturieren, dass sie von solchen Tätigkeiten Abstand nehmen, dann muss der Staat da eingreifen. Auf der anderen Seite ist natürlich aber dann auch wiederum der Wille des Staates da, zu sagen, okay, wir wollen gerne dieses oder jenes zensieren oder diese oder eine Inhalte aus dem Netz raushaben oder dafür sorgen, dass bestimmte Dinge da nicht passieren. Also Stichwort Cybercrime, das wird ja immer wieder gerne gesagt. Und bei dieser Gelegenheit Überwachungs- und Sperrsysteme einrichten, die dann wiederum auch für andere Sachen das braucht werden können. Und diese Diskussion wird, denke ich mal, auch im nächsten Jahr noch mal relativ umfänglich auf uns zukommen und auch relativ viel von unserer Arbeit ausmachen. Und da gute Positionen zu finden und die zu vertreten, war auch dieses Jahr relativ viel von unserer Arbeit. Also ich glaube, neben der politischen Seite wird bei Netzneutralität und überhaupt bei der Frage der Rechtsdurchsetzung mit technischen Mitteln im Bereich der Urheberrechte auf uns sicherlich auch mal wieder die Rolle der Erklärbären zukommen. Weil aus meiner Sicht, wenn man die Kontakte sieht mit den Medien, ist da einfach auch noch sehr viel richtiger Aufklärungsbedarf. Also die tatsächliche Funktionalität und wie eigentlich auch die Organisation und die Selbstverwaltung so funktionieren in den Netzen, ist vielen Journalisten nicht klar. Mir kommt das so ein bisschen vor wie am Anfang der Schatzreuer-Debatte, wo man erst mal sehr viel erklären muss, damit die Problematik etwa bei DPI oder bei der Netzneutralität auch wirklich rüberkommt. Ich denke, das wird nochmal ja eine schöne Arbeit. Aber wir sind ja nicht nur mit diesen netzpolitischen Themen befasst, sondern wir sind ja auch so ein richtiger Verein. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, also Verein im Sinne von Vereinsmeierei, wie ihr gemerkt habt, sitzen ja hier nicht nur drei Sprecher, sondern da hinten auch noch einer unserer großen Vorstände. Unsere neuen Vorstände. Na, so groß auch nicht. 1,81 habe ich gerade gelernt. Ah, ja so, denn wir hatten dieses Jahr auch noch eine außerordentliche Mitgliederversammlung. Wir treffen uns ja alle zwei Jahre zu einer Mitgliederversammlung, aber ab und an schieben wir eine dazwischen und haben wir im Februar gemacht. Und da darf dann Deutsch mal kurz zusammenfassen. Der Spezialexperte für Vereinsmeierei, ja? Ja, genau. Ja, wir hatten diese außerordentliche Mitgliederversammlung, die am 5. Februar in Wiesbaden stattfand. Vielen Dank nochmal an den AFA Wiesbaden, der das Ganze organisiert hat. Es wurde diese AMV ja einberufen aufgrund der Vorfälle um Daniel Domscheid Berg auf dem Camp. Dieser Vorstandsbeschluss zum Ausschluss von Daniel wurde nach der Aussprache auf der Mitgliederversammlung rückgängig gemacht. Es wurde ein neuer Vorstand gewählt, der im Wesentlichen der Alte ist. Andi wurde aus dem Vorstand gewählt, ich wurde reingewählt. Die Zusammenarbeit ist aber weiter vorhanden. Wir mögen uns. Flausch überall. Wie das ja gerne auch bei Vereinen so ist, haben ja auch wir einige Ehrenmitglieder. Michael Gerdes und Sven Godes wurde die Ehrenmitgliedschaft angetragen und sie haben sie beide mit Freuden angenommen. Es sind auch beide hier, also könnt ihr ihnen ein Bier ausgeben. Du wolltest sie noch übersetzen, Deutsch. Na, ja, wenn wir jetzt schon die kleinen Namen stehen haben. Also wer die beiden Namen nicht kennt, es gibt so ein paar Veteranen im Club und die gehören dazu. Das sind Papillon, der seit Jahren quasi die Bauabteilung für alle Veranstaltungen ist. Und wer sich an die alten, weißen, tollen Kassenkisten im BCC erinnert, hinter denen ich auch mal rumstand. Die zum Beispiel hat der Papillon gebaut und auf den Camps extrem viel. Hier auch. Und Sven Godes ist Winnie, der seit der Schwenkestraße hier in Hamburg seit den ersten Tagen dabei ist und immer mit Rat und Tat so als Elder Statesman uns hier in Hamburg betreut hat. Genau, weiterhin haben wir da beschlossen, dass wir die Verleihung der Big Brother Awards weiter finanziell unterstützen. Haben wir getan. Das Geld sollte da sein. Und die fanden im April in Bielefeld statt. Immer wieder eine schöne Veranstaltung. Die Verleihung kann ich nur empfehlen. Danke, Dodger. Gerne. Ja, dann, wie ich vorhin schon andeutete, strahlte die Entdeckung und Auseinandernehmung des Staatstrojaners im letzten Jahr noch weit in dieses Jahr beispielhaft, wurde vom Landtag Niedersachsen, der Chaos Computer Club in Hannover, nach einer Stellungnahme befragt. Die Fraktion Die Linke hatte dort im Landtag den Beschluss angeregt, den Staatstrojaner dort zu stoppen und die an der Software gelassen. Wie wir schon festgestellt haben, ist die Qualität der Software unterirdisch. Die Möglichkeiten, die man nach der Installation des Staatstrojaners auf dem Rechner hat, gehen weit über das hinaus, was einem Rechtsstaat nach gängigen Strafprozessordnung möglich sein sollte. Und deswegen ist es dann auch nicht überraschend, dass die Hannoveraner am Ende konstatieren, dass der Einsatz dieser Schadsoftware einen unverhältnismäßigen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht der Bürgerinnen und Bürger darstellt. Und diese Stellungnahme wurde auch vom Landtag dankend angenommen. Ja, Hannover hat dieses Jahr auch eine schöne Veranstaltung gemacht, den Hackover. Das ist so ein bisschen ein sehr begrüßenswerter Trend, den wir schon in den letzten Jahren gesehen haben, dass viele von den Airfas und auch Chaos-Treffs im Land eigene kleine Veranstaltungen machen, die teilweise einfach nur gemütlich sind, teilweise auch ein spezielles inhaltliches Thema haben. Das Hackover war eine davon. Die ist auf jeden Fall immer lohnt zu besuchen. Wir werden im Laufe des Rückblicks noch ein paar erwähnen. Diese kleinen Veranstaltungen haben den großen Vorteil, dass es sehr familiär ist, sodass man sich also auch in Ruhe zusammensetzen kann und nicht dauernd denkt, irgendjemand verpasst jetzt gerade den grandiosen Vortrag. Den, ja, wie gesagt, Hackover Hannover, es soll auch einen neuen geben, lohnt auf jeden Fall. Wir werden ein paar mehr von den lokalen Veranstaltungen jetzt vorstellen, die in den Airfas stattfinden. Ich meine, gerade aufgrund der Größe, die der Kongress erreicht hat, sind aus unserer Sicht diese kleineren Veranstaltungen sehr viel wichtiger geworden. Denn die Hemmschwelle für jemanden aus dem Airfas, der ein cooles Projekt hat, sich überhaupt zu trauen, vor so vielen Leuten zu sprechen in den großen Sälen und überhaupt auch unter den unglaublich vielen Einreichungen, die wir für den Kongress haben, sich durchzusetzen, ist natürlich viel schwerer geworden. Das Gleiche gilt für spezialisierte Projekte, von denen man eigentlich annehmen muss, dass ein Großteil technisch vielleicht nicht involviert genug ist, um zu verstehen, wo man gerade an dem Projekt angelangt ist. Und deshalb sind aus meiner Sicht diese kleineren Veranstaltungen deutlich wichtiger, auch für den Austausch, aber auch speziellere Themen anzusprechen. Viele haben es mitbekommen, es gibt parallel in Berlin die ERSM und es gibt hier nicht wenige Hacker, zu denen ich mich zähle, die doch ein bisschen traurig darüber sind, dass sie nicht hingehen können. Einfach weil, als die ERSM geplant wurde, war ja noch nicht klar, dass wir nach Hamburg umziehen, sonst hätte man ja ab und an parallel wechseln können. Aber ich glaube, der Trend dazu, solche spezialisierten Konferenzen zu haben, wird eher zunehmen, das zeigt sich seit zwei, drei Jahren bereits und betrifft sowohl die Spezialisierung in den Themen wie auch in den lokalen Airfas. Wir sehen eigentlich, dass alle von diesen lokalen Veranstaltungen wachsen, auch manchmal ein bisschen professioneller werden. Wir haben leider, was ich durchaus manchmal ein bisschen problematisch finde. Wir haben also auch in diesen lokalen Veranstaltungen mittlerweile hohe Journalisten aufkommen, wo man auch eigentlich manchmal auch gerne ein bisschen unter sich wäre. Aber ich denke, damit müssen wir leben, dass einfach auch Projekte in den lokalen Entitäten interessant sind und natürlich eine Berichterstattung finden. Ich denke, wir sollten davon weitere aufmachen. Kleinere und spezialisiertere. Ich denke, der Kongress kann schon aufgrund der Größe, aber auch überhaupt aufgrund der gewachsenen technischen Themen, für die wir uns so insgesamt alle mal so interessieren, das gar nicht mehr abfangen, sondern wir müssen uns diversifizieren und nicht nur auf einen großen Kongress spezialisieren. Wir haben ohnehin Kritik bekommen für das Programm. Es gibt natürlich jedes Jahr. Aus meiner Sicht war die Kritik dieses Jahr dreigeteilt. Nämlich zum einen, es gäbe zu wenig technische Vorträge, zum anderen, es gäbe zu wenig netzpolitische Vorträge und zum dritten letztlich, es gäbe zu wenig Computer- und Art- und Kreativ-Vorträge. Aber letztlich müssen wir sagen, dass bei der Breite der Themen, wenn man durchs Programm scrollt, wir wahrscheinlich dann nur die Möglichkeit hätten, noch zwei Tracks mehr aufzumachen. Denn ich denke, die spezialisierten Veranstaltungen sind ein Weg dafür, alle Themen, die von Interesse sind, weiter abzudecken und sie nicht auf einer Riesenveranstaltung darzustellen. Das wäre man wohl nicht können. Insofern, ja. Das Hackover in Hannover hat sich ja eigentlich auch konstituiert und wollte sich sehr auf Hardware-Hacking spezialisieren. Dieses Jahr, haben Sie gemeint, ist da mehr so ein erweitertes Geek-End rausgeworden, was Sie auch ganz entspannt fanden. Aber Sie wollen im nächsten Jahr den Fokus auf das Hardware-Hacking wieder mehr legen. Also sollten Sie auch da ein Auge drauf halten. Das Gleiche geht eigentlich für Easter Hack. Auch hier gibt es so ein bisschen, glaube ich, einen Trend zum Mehr-Hardware, oder? Auf der Easter Hack war, die ist ja eher so als das flauschigere Familientreffen mit weniger Außenwirkung angelegt, wo man wirklich unter sich ist, wo man ohne die Besucherschar wie auf dem Kongress, die da vielleicht eher Teilnehmer als Club-Mitglieder sind, wo man da dieses Verhältnis umdreht, wo man wirklich unter sich ist. Das Easter Hack wurde dieses Jahr in Basel ausgerichtet und stilecht wurden die Besucher und Teilnehmer in einem Bunker untergebracht und in diesem Bunker wurde natürlich auch Käse-Fondue kredenzt. Das hat dem Geruch des Bunkers aber nicht geschadet, weil wenn so 80 Hacker in so einem Bunker schlafen ohne Lüftung, ist das auch kritisch. Man weiß nicht, wenn Käsegeruch wahrgenommen worden ist, dann waren es wahrscheinlich die Füße. Möglich. Ich habe gehört, dass auch auf der Veranstaltung eine strahlende Tüte aus Freiburg abhandengekommen sein soll. Ich weiß nicht, ob die sich inzwischen wieder angefunden hat. Ist wieder da. Aber da die Easter Hack, wie gesagt, ein sehr familiäres Treffen ist, wollen wir da hier jetzt nicht so öffentlich ins Detail gehen. Aber doch die Mitglieder des Clubs und die Erfers, die da andere Erfers beschnuppern wollen in den Aktivitäten, doch sehr stark dahin drängen, auch die nächste Easter Hack zu besuchen. Ja, es heißt ja auch gerne, wir sind wieder bei so einem Vereinsthema, irgendwie bin ich da doch, es heißt ja immer, wenn sich drei Deutsche zusammenfinden, gründen sie einen Verein. Da haben die Schweizer gedacht, das können wir auch. Nein, also die Schweizer, es gab ja in der Schweiz schon sehr aktives Chaos in den letzten Jahren und es gibt da so von Zürich über Basel, Bern, gab es also überall schon Chaos-Treffs und Erfers. Und die Schweizer haben sich dann gedacht, auch um da wirklich auch mehr Pressearbeit und bessere Arbeit in dieser Richtung zu leisten, die Kräfte zu bündeln, haben die also jetzt den Schweizer CCC eingetragen und gegründet am 15. Dezember. Die sind auch alle hier, finden es gut. Das ist natürlich immer so ein Kraftakt, so einen Verein zu gründen, gerade wenn man den, wie in der Schweiz, einfach um genug Leute zusammenzubekommen, die da auch was tun. Halt in einem kleinen Land muss man da über viele Städte gehen, aber die haben das sehr gut im Griff und ich bin da sehr zuversichtlich, dass das gut wird. Ja, dann sind wir in unserer lustigen non-linearen Chronologie zufällig gerade im Mai angekommen. Im Mai gab es eine Sitzung des Unterausschusses Neue Medien im Bundestag, das ist so der Unterausschuss, der sich so um all diese ganzen Internet- und Digitalthemen bisher kümmert. Da ging es primär halt um Vermarktungsschutz kreativer Inhalte im Internet, und die Veranstaltung, wo ich dann war, um mal auch ein bisschen für Auflockerungen zu sorgen, war, das muss man sich so vorstellen, da sind halt die Abgeordneten, dann laden sich halt ein paar Sachverständige ein, die halt kurz Statements abgeben und dann stellen die halt Fragen. Worum es da ging, war im Wesentlichen mal so wieder den aktuellen Verlauf der Grabenkriege festzustellen, wie also auf der einen Seite halt die Verwerter und die von Ihnen vertretenen Urheber sich in dieser Internet- und Digitallandschaft einordnen oder auch nicht. Im Wesentlichen fühlen die sich halt ausgeraubt und ausgenommen und völlig benachteiligt und fordern härtere Gesetze. Da ging es unter anderem um die sogenannte Two-Strikes-Regelung, also darum, ob ein sogenanntes Warnmodell etabliert wird, wonach die Internet-Provider mit verpflichtet werden, mitzuwirken, wenn die Vermarkter bzw. Labels und Verlage finden, dass irgendjemand zu viel falsch wird. Wir haben da wie immer versucht, den Horizont ein bisschen aufzuklappen und zu sagen, okay, wir haben ja auch noch andere Konzepte, also wir haben das Konzept der Kulturwertmark nochmal vorgestellt, was durchaus auf Interesse stieß, weil wir sagen, okay, wir müssen versuchen, irgendwie einen anderen Weg zu finden, als uns gegenseitig zu behaken. Das Behaken ging natürlich noch eine Runde weiter, insbesondere weil die Urheber, da gab es in diesem merkwürdigen Brief, der Tatort-Drehbuchschreiber. Der 51? Genau, 51 Tatort-Drehbuchschreiber, die sich... Weren Werke ja, wie wir alle wissen, die Renner in Peer-to-Peer-Tauschbörsen sind. Und die vor allen Dingen... Der Hammer. Also ich weiß nicht, was die immer nachts macht, aber ich lade mir immer erst mal die... Die Tatort-Skripte, also es ist halt eigentlich vollkommen klar. Ja, insbesondere auch deswegen brisant, weil natürlich die Tatort-Drehbuchschreiber ja eigentlich vollständig von ihren Einnahmen aus ihren Plattenverkäufen leben und nicht von ihren Verträgen mit der ARD, die aus unseren Gebührengeldern bezahlt werden. Dementsprechend gab es dann auch eine Antwort von 51 Hackern auf diesen Brief, der doch einiges an Presseaufmerksamkeit erregt hat und ganz gut eingeschlagen ist. Diese Diskussion darüber, wie wird kreative Leistung vergütet, was auf der Basis welcher gesetzlichen Grundlagen, hat uns ja noch den Rest des Jahres begleitet. Das ging halt dann auf diversen Veranstaltungen, unter anderem um die Abmahnung für Fallsharing, um die entsprechenden rechtlichen Entwicklungen. Also wir haben da halt immer darauf gedrungen zu sagen, okay, also bevor wir jetzt irgendwie überhaupt eine inhaltliche Diskussion anfangen können, müssen wir erst mal dieses Abmahnunwesen einstellen. So, weil bevor es nicht aufhört, dass irgendwie Schulkinder Abmahnungen über hunderte von Euro bekommen, weil sie ein paar Songs hochgeladen haben. So billiger sind aber nicht mehr. Oder teurer. Es ist sehr schwer, einfach überhaupt eine rationale Diskussion zu führen. Und eine weitere Ausprägung davon war dann dieses Leistungsschutzrecht. Also der Versuch halt von Springer zu sagen, oh, Google verdient ja Geld im Internet davon, weil wir was abhaben. Eine andere Argumentation haben sie eigentlich nicht. Und dementsprechend wird diese Diskussion auch im nächsten Jahr irgendwie leider noch etwas umfänglicher und länger sich hinziehen, weil dieses Leistungsschutzrecht ja nun doch beschlossen werden soll, zumindest auf den sieht es gerade so aus. Die Probleme, die dadurch entstehen, sind hingegen bekannt. Also wir gehen davon aus, dass es Probleme geben wird in der Blogosphäre. Also es wird Probleme geben, auch schlicht und ergreifend in der praktischen Umsetzung, die dazu führen werden, dass man sich jahrelang vor den Gerichten prügelt und es also wieder keine Rechtssicherheit gibt. Dieses Leistungsschutzrecht ist halt so ein klassischer Fall von Springer, hat sich halt ein Gesetz ergaunert. Und dementsprechend sieht auch unser Widerstand dagegen aus. Ich sollte nochmal generell sagen, diese Stellungnahme, aber auch weitere, die findet man natürlich auf ccc.de. Also wir haben nicht nur an diesem Unterausschuss Neue Medien teilgenommen, sondern an weiteren, nicht nur in Berlin, auch in Landtagen. Also es ist ja nicht immer nur der Bundesgesetzgeber, der debattiert. Wer diese Stellungnahmen finden will, kann die natürlich auf CCC auch nachlesen. In der Regel ist es aber auch so, wenn wir die einreichen, dann veröffentlichen die Landtage und der Bundestag natürlich ihre eigenen Protokolle dazu. Also zum Beispiel, wenn in den Fragerunden dann auch noch so ein Antwortspiel ist und dergleichen. Also für diese Stellungnahmen haben wir eigentlich ccc.de. Wir werden die nicht im Einzelnen vorstellen. Da waren einige mehr, die sich um diesen Themen komplex drehten. Also, wo ich schon mal am Reden bin. Wir waren bei den Veranstaltungen und eine gewachsene davon, die definitiv wieder mehr Besucher hatte. Im Vergleich zum Jahr davor war die SIGINT. Die SIGINT, die ist ja thematisch ein bisschen anders aufgestellt. Wenn man sich den Call durchliest, den wir, wie bei fast allen Veranstaltungen bei Events.ccc immer veröffentlichen, dann sieht man, dass es ein sehr breites Spektrum hat und auch ein bisschen neben den netzpolitischen und aktivistischen Seiten weniger Hardware- und Zopferhacking hat, aber mehr die politischen Themen und auch ein bisschen mehr Kreativität und Social-Media-Diskurse. Das hat sich aus meiner Sicht im Programm auch abgebildet. Würde ich mal sagen, auch dafür gab es Kritik. Allerdings hat sich aus meiner Sicht noch was verändert in Bezug auf die Kritik an dem Programm. Das ist ja nicht verkehrt. Ich denke, daran kann man lernen, wenn Leute ein Programm kritisieren. Bei der SIGINT war es noch so, dass das eigentlich eine interne Diskussion war. Das heißt, wir haben ja große Medienlisten und dann wird darüber debattiert. Beim Kongress ist es doch ein bisschen anders. Es ist auch aus meiner Sicht sehr stark zu beobachten, dass auch die Hacker-Community zumindest Teile davon jegliche Form von Kritik eher exponiert und also an die Öffentlichkeit bringt und nicht unbedingt den Leuten, die zum Beispiel irgendwer organisiert oder gemacht haben, näher bringt, sondern erst mal der ganzen Welt sagt, auch das ist ein Trend, den man in diesem Jahr aus meiner Sicht sehr stark sehen kann. Also auch die Hacker-Community, die ja eher mal so ein bisschen geguckt hat, dass bestimmte Informationen vielleicht nicht so sehr in die Öffentlichkeit gelangen, neigt dazu doch sehr stark, die jegliche Form von Kritik öffentlich zu machen. Das müssen wir einfach konstatieren. Ich glaube, das haben auch alle mitbekommen. Ich finde, die SIGINT hat auf jeden Fall noch Potenzial. Viele Besucher, mit denen ich so letztes Jahr sprach, waren trotz dieser Kritik sehr zufrieden, da das Gebäude auch nach wie vor, finde ich, auch noch Platz hat, mehr Leute da reinzulassen. Das ist da wie Tag minus eins hier so von der Befüllung. Die haben auch ein schönes, großes Haus. Aber wir gehen jetzt sozusagen ja auch mal durch die einzelnen Erferkreise durch und nicht immer nur an den Veranstaltungen entlang. München hat sich ja gerade mit dem Raumzeitlabor so einen Wettkampf geliefert, um das umtriebigste Mitglied der CCC-Familie. Das hier ist noch ein Foto aus der Ballernstraße. Die sind am 1. Oktober jetzt offiziell nach Schwabing umgezogen, wo sie zweieinhalb Etagen neuer Hack-Space haben, in dem gleich sie umtriebig angefangen haben, neue Projekte zu bootstrappen, obwohl bis heute der Umzug noch nicht ganz fertig ist. Sie haben dort Hacker-WGs im Haus, noch diverse Studenten-WGs. Also beste Voraussetzung, dort einfach einen aktiven Erferkreis weiterzuführen, wie Sie im letzten Jahr auch schon gezeigt haben. Auf der Easter Hack haben Sie schon Projekte vorgestellt, ein Food-Hacking-Experiment, wo Sie Molekulatschunk gebastelt haben aus, das ist so ein advancedes Food-Hacking. Das hoffe ich, dass Sie sich unten im Hack-Center nochmal angucken können. Sie haben so lustige, spannende Projekte, wie aus dem AVR ein Therimin zu basteln und betreiben politische Projekte, wie die Seite überwachungsdruck.org, wo Sie einfach Überwachung, die man eigentlich fast schon hinnimmt, aufführt, nochmal zusammensammelt und an der zentralen Stelle für alle zum Klicken macht. Und das ist jetzt falsch rum. Ich wollte eigentlich noch was sagen für die Münchner Abendzeitung, kriege ich glaube ich den Preis für klischeebehaftetste Foto, oder? Applaus Mach mal die andere erst, wenn ich sie tausche. Ah, wo? Ups, wo ist denn die Folie hin? Entschuldigung, uns fehlt hier gerade eine Folie. Nein, zwei weiter. Nein, zwei weiter. Noch eine, bitte. Entschuldigung. Als ich das erste Mal vom Flipdots-Projekt hörte, wurde ich darauf hingewiesen, das Flipdots ist das da. Und ich war gleich, oh verdammt, wo sind die Münchner jetzt hin und haben was abgeschraubt, was muss ich da demnächst der Presse erklären, aber stellte sich raus, dass sie einfach im allgemeinen Trend einfach Displays zu haben, Displays zu bespielen, rauszufinden, wie da draußen auch Display-Technologie funktioniert, um vielleicht irgendwann mal sowas da auch dort, wo es live angeschraubt ist, bespielen zu können. Haben sich also die Münchner so ein Flipdop-Display kommen lassen und haben es natürlich reverse-engineert. Sie haben es... Oh nicht, Entschuldigung. Ich war es nicht. Sie haben sich ein... 198 und vier blaue Paneele, jeweils 16 mal 20 Pixel kommen lassen und das bei sich vom Haus zusammengeschraubt und lernen dort am lebendigen Beispiel, wie man diese Flipdots bespielt. Ich traue mich nicht. Los, auf. Genau, ein großes Display gibt es auch in Berlin. Wir haben da ein großes LED-Display, hinten rechts an der Wand zu sehen. Das war ursprünglich mal auf einem Flughafen unterwegs und wurde dann die komplette Elektronik re-read und umgebaut und ein neues Programmiersystem dafür gemacht. Wir benutzen es unter anderem dafür, um darauf unsere Plenumsprotokolle zu schreiben. Das ist auch ein sehr schönes Hardware-Hacking-Projekt, was doch vielen Leuten eine Menge Spaß bereitet hat und auch noch praktisch ist. Also, wenn ihr irgendwie einen Hackerspace habt, dann besorgt euch ein großes Display, da kann man eine Menge Spaß mit haben. Also mit möglichst komplizierter Ansteuerung, ganz wichtig. Also je komplizierter die Ansteuerung, desto lustiger ist es. Da wird ein ARM Cortex 3 als Master-Controller benutzt und das empfängt über ein optimiertes UDP-Protokoll die Bilddaten, die darauf getan werden und das ist ein Ausschnitt aus der Tagesschau. Ich glaube, da ging es um den Staatstrojaner, wo das das erste Mal im letzten Jahr schon gefeatured worden ist und dieses Jahr sind die einzelnen Zeilkontrollen und der Master-Controller noch so optimiert worden, dass es inzwischen ruckelfrei abläuft, dass das Skalieren ein bisschen besser als in diesem Film 23 da im Hintergrund funktioniert und es ist einfach ein ehemaliges Flughafendisplay. Es ist immer noch ein Flughafendisplay, aber... Wo wir schon mal... Ich kann das nicht wieder ausmachen, weil Fefe da so schön tanzt. Wo wir dieses Bild ja gerade mal haben, diesen Ausschnitt, da ist noch ein anderer Detail. Seht ihr, in der Mitte oben ist ja dieses Bild. Und dieses Bild war in der Tagesschau zu sehen. Das ist so ein bisschen unser Feder, weil es war ja so eine improvisierte... Pressekonferenz, wo die sich alle auf den Füßen standen, war schon 2011, also in der 2011. Aber wir haben für dieses Bild unglaublich viele Zuschriften bekommen. Haben wir letztes Jahr schon erzählt? Ich glaube, ich hörte das schon mal. Ja gut, er lässt sich jetzt weg. Schade, ich wollte es noch länger ausbauen, damit Fefe weitertanzt. Du erzählt schon. Diese Bild ist halt eine Collage aus Honecker und Schäuble. Aber in der Tagesschau sah es eigentlich wirklich nur wie Honecker aus. Man konnte die Schäuble-Komponente eigentlich nicht mehr erkennen. Und da haben wir doch sehr viele Zuschriften bekommen, ob wir die Stasi-Opfer verhöhnen wollen. Weil wir ein Honecker-Bild im CCCB haben. Probleme gab es dann auch mit den vielen Postkisten da hinten. Ja, die wollten die wiederhaben. Wo dann die... Ja, aber gut. Ich glaube, es hat mir letztes Jahr schon erzählt. Wir hatten uns da wirklich für den Versand der Datenschleuder ganz regulär bei der Eresburgstraße in Berlin da bei der zentralen Poststelle abgeholt und die dann auch wieder ordentlich befüllt zurückgegeben. Alles ordnungsgemäße Abläufe. Wo wir bei Cool in Displays sind, das da ist Full-Circle. Das ist Unicorn. Das Projekt im Hintergrund, hinter Unicorn ist Full-Circle. Das ist eine Installation, die vom Bauhaus in... Dessau angefragt worden ist. Die haben da so ein Lichtfest. Also es war eine Installation von mehreren. Es war eine, aber auch eine sehr präsente Installation an dem eigentlich ziemlich präsenten Fenster dieses originalen Bauhausgebäudes wurde innerhalb des Lichtfestes, was so eine jährliche Installation in Dessau dort von den Bauhauslern ist. Die Bauhausler haben da seit 1900, irgendwas in den Zehnerjahren, eine Tradition als eigentlich verschrobene Haufen, der sie da sind, auch die lokale Bevölkerung in Dessau, die Angst zu nehmen. Also haben sie dort schon immer Farbenfeste gemacht und die Bevölkerung herangeloggt und ihnen mal zu zeigen, was da in dieser Avantgarde-Kultur im Bauhaus passiert. Das Bauhaus in Dessau über die Jahre hat ein bisschen an dem progressiven Einfluss verloren. Aber sie bemühen sich trotzdem die Tradition hochzuhalten und haben deswegen über ein paar Umwege den CCC Mannheim angefragt, dort dann eine Lichtinstallation zu veranstalten. Und da der CCC Mannheim sich da nicht lumpen lassen, haben sie dort gleich einen richtig philosophischen Unterbau dazu gezimmert, visualisiert, wie Computer eigentlich Menschen wahrnehmen. Da haben wir noch ein zweites Foto. Und haben das auch bei Schnittchen und Sekt einer überstolzen Kuratorin dort präsentiert und diese Installation besteht aus mehreren Teilen. Man kann auf der einen Seite für Kinder ein Computerspiel spielen und am Ende wird die Interaktion des Menschen an diesem Computerspiel aufbereitet und visualisiert, damit Vorbeigehende sehen können, wie der Computer den Menschen wahrnimmt. Andere Interfaces da rein waren, man konnte ihm Tweets senden und es gab ein Telefon, wo man einfach abnehmen, anrufen konnte und am Ende wurde ein Fingerprint über das Telefongespräch genauso auf dieser Full-Circle-Installation präsentiert. Dieses Full-Circle-Projekt sieht man auch auf dem Kongress im Eingangsbereich und die Mannheimer freuen sich auch die Platze, wenn man sich mit denen über ihr Projekt unterhält. Die sitzen übrigens auch gleich dann so, wenn man die Treppe runter geht, da immer in zwei Dutzend Stärke für alle Nachfragen zu haben. Das ist ja, glaube ich, auch einer, also von den so, die Sexiness-Faktoren der Erfas ist, glaube ich, Mannheim weit oben, oder? Ja, hier ist Einstimmigkeit. Ja, von den coolen kleinen Community-Veranstaltungen ist die ICMP so ein bisschen die schüchternste, die so knapp 50 Zelte vor der Loscher Brauerei in Steinach, wo die Mate herkommt, wo natürlich ein wichtiger Bestandteil der Veranstaltung auch ein Brauereibesuch ist. Traditionell? Traditionell. Die sechste ICMP hat dieses Jahr da stattgefunden und es gab dort ein Vortragsprogramm, auch wenn das im Netz genau nicht dokumentiert worden ist. Im Gegensatz zu eigentlich dem umgekehrten Trend, dass alle anderen Hacker-Veranstaltungen im CCC-Kontext inzwischen fast schon professionell Penta-Barf alle benutzen. Den FRAP-Rivite. Oh, nee, ich glaube, die SIGINT ist da abgewichen mit einem etwas fancieren Software-Projekt. Na, das ist FRAP. Weißt du, ja? Ja. Also es hat funktioniert wirklich erstaunlich gut. Und wo war ich denn jetzt? Entschuldigung, bei der ICMP gibt es ein Programm, was aber nicht online war. Was nicht online war, wahrscheinlich war die Brauereibesichtigung dann am Ende so erfolgreich, dass sich auch keiner mehr erinnern konnte, was genau da alles stattgefunden hat. Dafür haben wir aber keine Belege. Also das ist jetzt... Also wir sehen, es lohnt sich da hinzufahren. What happens at ICMP stays at ICMP. Oh, ja. Ja, wir sind dieses Jahr bestochen worden mit Gulasch. Ja, die Karlsruhe hat sich über die letzten Jahre immer beschwert, dass wir die... Wie hieß sie doch gleich? Gulasch? Gulasch-Programmier-Nacht. Genau, die Gulasch-Programmier-Nacht, die jetzt zum 11. Mal stattfindet. Also die 12. Gulasch-Programmier-Nacht in 2012. Wie war da eigentlich die Geschichte? Wo haben die sich verzählt? Wer wissen will, warum eigentlich die 11. Gulasch-Programmier-Nacht ist, der muss sich durch unser gesamtes Events-Blog klicken und... Mitzählen? Ja, war mal so ein... Also die Karlsruhe haben Probleme beim Zählen. Zum Beispiel bei Zahlen unter 15. Und deshalb... Über 10. Also... Entspannten Mini-Kongressen, die so Speakern die Möglichkeit gibt, sich da auszuprobieren, ohne den Druck, ohne dieses... Ups... Auge des... Der Presse und der vielen tausenden Besucher, die auf dem Kongress auf sie ruht. Es waren mehrere hundert Leute auf der Gulasch-Programmier-Nacht. Das war eine echt entspannte Atmosphäre. Es gab coole Vorträge, ja, Biotech-Hacking-Vorträge, was ich spannend fand, dass dort auch Demo-Programmierer 64K-Intros vorstellen konnten, dass dort auch Grundlagen wieder vermittelt im Hardware-Design. Also früher auf den früheren Kongressen war so einer der Standardvorträge TCP-IP für Anfänger. Die gibt es hier nicht, aber genauso in dieser schönen Tradition und führt da die Gulasch-Programmier-Nacht-Weiter. Dort ist das Info-Beamer-Projekt, was auch hier auf dem Kongress die schönen Animationen da draußen macht, wo lauter Zitate, nur geskriptetes Zeugs dafür sorgt, dass die upcoming Talks, das aktuelle Wetter, die Netzwerkstatistiken und ja, eigentlich alles Spannende über den Kongress dort auf diesen Monitoren zu sehen ist. Dieses Projekt wurde auf der Gulasch-Programmier-Nacht-Weiter aus dem Boden gestampft. Und so eins... Könnten wir eigentlich als Ratespiel gestalten, oder? Was ist das? Genau, Gulascheis. Es ist echt leckerer, als man so denkt, aber... Oh ja. Das ist aber auch nicht schwer, dass es leckerer ist, als man denkt, aber... Obwohl, jetzt hat sich das immer so ein bisschen so angehört, als wenn so die aller kurzen Veranstaltungen so die lokalen kleinen sind. Also, das muss ich jetzt aber auch mal sagen. Also, aus meiner Sicht ist dieser Kongress das ist auch doll relaxed, entspannt und sehr angenehm. Und ich persönlich bin sehr froh, dass wir nach Hamburg umgezogen sind. Also, es sind nicht nur die kleinen Veranstaltungen. Also, nur weil wir jetzt den Schwerpunkt auch so auf die R fast legen, heißt natürlich nicht, dass irgendwie den Kongress herabsetzen soll. Der hat jetzt einfach nur einen anderen Fokus. Der doch aber, glaube ich, ganz... Ja, er wird gutiert. Aber wo wir bei den kleinen Veranstaltungen sind, wir haben ja noch die mit dem unaussprechlichen Namen. Ja, das sind diese... Das sind römische Zahlen, das musst du auch addieren. Mein Latinum ist ein paar Tage her. Ja, die MMCDs 2012 im wunderschönen Darmstadt, dieses Rhein-Main-Gebiet, haben wir ja gelernt, ist ja sehr umtriebig. Und auch die Mannheimer und die... Umtriebig ist ja das perfekte Wort. Oder umtriebig, genau. Umtriebig ist toll. Hallo, Maha. Und die haben sich gedacht, naja, wir haben ja so viele coole Projekte hier im Rhein-Main-Gebiet, machen wir mal noch eine Konferenz nebenher. Und die ist einfach sehr kuschelig, sehr schön. Die haben mittlerweile auch jetzt die größte MMCDs aller Zeiten. Seit 2004 läuft das Ganze. Sie hatten jetzt über 400 Teilnehmer. Auch da alles mit Freiwilligenbetrieben. Die Engelquote ist da auch stabil bei 10%, haben sie mir gesagt. Also von der Front alles gut. Und die haben mir so Statistiken genannt, die ich doch mal verlesen soll. Es gab die Länge des verbrauchten Wurstdarmes. Wir haben augenscheinlich sehr viele Esskonferenzen mittlerweile. Liegt bei 82,25 Metern. Die gepoppten Maiskerne bei 4794. Es gab augenscheinlich eine Soft-Eis-Wurst. Das will ich mir gar nicht vorstellen. Und sie hätten mit dem Brennwert des gegessenen Gyros einen Menschen ca. 45 Tage lang ernähren können. Und das Fazit, also für alle, die da waren, ja, schön war es und Nerds spielen sehr gerne mit Trockeneis. Da gibt es wohl noch mal solche Insider-Informationen. Ja, also die MMCD hatte auch ein inhaltliches Thema, nämlich Cyberwar, was auch ein Thema war, was uns insgesamt doch relativ intensiv beschäftigt hat, nachdem jetzt die Staaten angefangen haben, sich zu behaken im Netz und ihre elektronischen Installationen anzugreifen und eben auch Hacker dafür verstärkt heranzuziehen, also sei es freiwillig oder sei es unfreiwillig. Und dieses Thema und die Frage, wie stellen wir es als Community dazu, welche Auswirkungen hat es da auf uns, wenn Leute, die hier sitzen, irgendwie im Zweifel Kriegswaffen entwickeln, die hat uns auch relativ stark beschäftigt und auch viele von den Diskussionen auf den kleineren und größeren Veranstaltungen geprägt. Ich denke, es wird auch noch weiter so sein, dass die Frage, ist das Netz ein Kriegsschauplatz oder soll es einer werden und wie gehen wir mit unseren Talenten um, stellen wir die auch in den Dienst von solchen militärischen Denkweisen, hat er unter anderem auch dazu geführt, dass dieser Kongress dieses Motto bekommen hat, das Not My Department, mit der Anspielung auf Werner von Braun, der auch ein technisch sehr talentierter Mann war, der aber sein Talent in den Dienst von kriegerischen Staaten gestellt hat. Und ich denke, dieses Thema wird uns auch noch im nächsten Jahr relativ intensiv beschäftigen, auch nicht nur intern, sondern auch noch extern, wo wir versuchen, darauf zu dringen, dass die sich nicht weiter sinnlos behaken, sondern halt irgendwie so etwas Ähnliches wie internationale Abkommen zustande kommen und eben auch versucht wird, die Positionen der Bundesrepublik in diesem Spiel zumindest in ethisch vertretbaren Grenzen zu halten. Ja, im Juli gab es dann eine Situation, die insgesamt ein bisschen nicht so schön war und die auch zu einigen Diskussionen und Spannungen geführt hat. Es gibt ja hier in Hamburg den Attraktor, einen Hackerspace, in dem der CCCHH und auch der CCCEV Untermieter war. Im Sommer tauchten dann Vorwürfe gegen einen Vorstandsmitglied dieses Hackerspaces auf, dass er eine Nazi-Vergangenheit hat und da in diesem Bereich nicht ganz klar distanziert sei und das unter Umständen Ermittlungen gäbe. Der Attraktor hat dann sich nicht wirklich da positioniert und daraufhin mussten wir dann beschließen, da auszuziehen, was wir getan haben. Der Hamburger... Wie Erdgeist vorhin schon sagte, das Hamburger Chaos hat jetzt neue Räume, konsolidiert sich neu, hat es natürlich in der Vorbereitung auf diesen Kongress auch sehr viel Energie entwickelt. Da noch einmal vielen Dank an den Hamburger AFA, den wir ja auch so ein bisschen überfallen haben mit dieser Vorbereitung. Ja, also die Entscheidung für Hamburg ist relativ spät gefallen und natürlich durch die Tatsache, dass diese dann ja auch öffentliche Distanzierung stattgefunden hat, war durchaus schwierig, sich zu überlegen, ja, jetzt gibt es so viel Streit in Hamburg, kriegen wir nicht überhaupt sozusagen gebacken. Das ist ja nicht so einfach, denn das war ja tatsächlich eine große Kontroverse in Hamburg selbst, aber auch im CCC. Aber letztlich finde ich, also die Arbeit, die ja auch die Hamburger geleistet haben, war schon enorm. Ja, warum hast du denn das Bild genommen? Geil, oder? Wo habe ich denn dieses Doppelkinn hier? Das ist aber nicht schön. Wer ist der Hacker auf dem Foto? Ich habe dir extra reingefotoshopt. Vielen Dank. Ja, was mich und auch einige andere hier am Hamburger AFA umgetrieben hat, in den letzten Monaten war das Transparenzgesetz. Da hatten wir auf dem letzten Jahresrückblick schon mal darauf hingewiesen, dass da sowas passiert. Und ich hatte alle möglichen Leute gebeten, dass sie da vielleicht mal nach Hamburg kommen zum Unterschriften sammeln. Das kam dann aber anders. Die Idee dahinter war ja, dass wir das Informationsfreiheitsgesetz erweitern wollten und diese Volksinitiative ins Leben gerufen haben mit mehr Demokratie und Transparency International. Der Gregor hat da gestern schon einen Talk zugehalten. Wer den nicht gesehen hat, gerne nochmal anschauen. Der liegt auf dem Server, glaube ich. Die Idee war halt einfach, den Staat in eine Bringschul versetzen. Im Informationsfreiheitsgesetz müssen wir hierhergehen und müssen sagen, es gibt da eine Information, die ich gerne hätte. Bitte gebt mir die. Und dafür muss ich wissen, wer hat die Information, wie heißt die Information und wen muss ich fragen? Und dann sagen die, kannst du haben, kostet Geld oder kannst du nicht haben, kostet kein Geld. Und da haben wir dann in der Bürgerinitiative ein paar Leute zusammengesetzt und haben in einem Wiki, frei im Internet verfügbar, ein komplettes Gesetz geschrieben. Das Transparenzgesetz. Haben das per Volksinitiative auf den Weg gebracht mit einer Unterschriftensammlung. Und da in Hamburg ein Volksbegehren im Zweifel bindend ist für die Stadt, hat die Stadt dann mit uns verhandelt und bevor wir in eine wirklich große Unterschriftensammlung gehen mussten, hatten wir plötzlich ein Fertiges Gesetz. Und das war dann abgesegnet am 14.06. in der Bürgerschaft und ist seit 6. Oktober in Kraft. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Annahme stimmt, aber ich glaube, damit ist der CCC der erste Hackerverein, der ein gültiges Gesetz geschrieben hat. Was war eigentlich da in dem Koffer noch drin? In diesem transparenten Koffer, wo diese Geldbündel dahinter rausflogen? Keine Ahnung. Also im Hintergrund auf diesem Bild ist übrigens die Elbphilharmonie, die den Steuerzahler in dieser Stadt gerade mal 600 Millionen kostet, statt der versprochenen 0 Euro und wo die Verträge absolut nicht zugänglich waren. Und diese Verträge hat die Stadt dann letzte Woche mal veröffentlicht und die stehen jetzt auch im Netz aufgrund dieser Initiative. Das Transparenzgesetz ist natürlich insgesamt nicht ohne Folgen geblieben und zwar auch über die deutschen Grenzen hinaus. Es gibt also in Europa, aber auch in natürlich deutschen Bundesländern Ideen, das Transparenzgesetz zu übernehmen, besonders in den Bundesländern hier in Deutschland zumindest, die gar kein Informationsfreiheitsgesetz haben. Das ist auch noch ungefähr die Hälfte unserer Bundesländer. und ich denke, das drückt ein bisschen den Zeitgeist aus. Aber es gibt natürlich ein Problem mit dem Transparenzgesetz, auch wenn es ein großer Erfolg ist. Kann man wohl konstatieren und auch, denke ich mal, eine wichtige und transparente Zusammenarbeit, wie sie da stattgefunden hat. So muss man leider konstatieren, dass die Informationsfreiheitsgesetze hier in der Bevölkerung ganz wenig bekannt sind. Das drückt sich auch in den extrem niedrigen Zahlen aus, nach denen Anfragen gestellt werden. Das heißt, eine wichtige Aufgabe ist eigentlich nicht nur Transparenzgesetze in den Bundesländern umzusetzen, die also auch diesen Paradigmenwechsel haben, sozusagen Push-Pull, den Unterschied, sondern vor allem bekannt zu machen, dass die Informationsfreiheit ein Recht ist. Denn die Tatsache, dass diejenigen, die Fragen stellen an Behörden und an Regierungen, immer noch so eher als Störenfriede und Querulanten wahrgenommen ist, diese Wahrnehmung muss man auch drehen, denn der Kulturwandel ist ja nicht nur, es ist ja zweiseitig. Also einmal die, die die Fragen stellen können, die einfach wahrnehmen, es ist ein Recht, die Informationsfreiheit zu haben, aber auch die, die in den Amtsstuben sitzen und die Fragen dann eher noch als Querulanten und Störenfriede und Leute, die irgendwie Arbeit machen, empfinden, diese Kulturen zu ändern, ist, glaube ich, ein bisschen langer Weg. Dazu können wir, glaube ich, beitragen, indem wir, wenn wir coole Anfragen, auch nach IFG, also nach Informationsfreiheitsgesetz haben, damit mehr arbeiten. Ich glaube, beispielhaft ist da Matthias Schindler, der immer noch die allerkutsten IFG-Anfragen ever hatte. Aber ich glaube, sozusagen, der Schritt ist nicht nur, eine Transparenzgesetz zu bringen, sondern auch diesen Kulturwandel einzuleiten. Ja, was man da halt auch jetzt gerade in Hamburg noch beachten muss, also für die Umsetzung des Informationsregisters, muss man den Behörden ja Zeit lassen. Ist ja ganz klar, man kann nicht sagen, so stellt man morgen alles ins Netz, das muss ja auch gesichtet werden, aus Datenschutzgesichtspunkten und so weiter. Die haben da zwei Jahre Zeit und da haben wir gedacht, das ist ein bisschen unbefriedigend und Stefan Wehrmeier hat dann mal eben Frag den Staat Hamburg, ich glaube, innerhalb von 14 Tagen gehackt. Das Ding ist fertig, das geht. Also Frag den Staat immer noch die Empfehlung, um solche Anfragen zu stellen und den Behörden mal im Bewusstsein dafür. Und wir doch mal was für ein neues Jahr. Nehmt euch mal vor drei bei Frag den Staat oder so. Ja, das geht total schön und man kann da so klicken und dann ist alles da. Oh, jetzt schwitzt bestimmt Stefan Wehrmeier, oder? Nee, der findet das nicht. Dreimal, naja. Ja, aber ich glaube, ich glaube, das ist auch so eine Erziehungsmaßnahme. Wenn man wirklich dahergeht und diese IFG-Anfragen dort wirklich im Tagestakt einkippt, dann werden da die Abläufe innerhalb der Behörden auch so weit gestreamt, dass es einfach wie keinen Aufwand mehr macht. Das ist halt immer nur, wenn da so alle Monate mal einer fragt, dann wie war das doch gleich und dann jetzt anfangen zusammen zu kopieren. Und auf der anderen Seite wird man natürlich dann auch eher zur Datensparsamkeit neigen, indem man einfach sagt, mir ist zu viel Aufwand, brauche ich die Daten, die brauche ich in der Stelle nicht wirklich und kann sich seine eigene Arbeit da auch dann im Amt dadurch minimieren, indem man die Daten wirklich aufs Wesentliche begrenzt. Okay. Wir sehen, unsere RFAs sind ziemlich aktiv. Ja, ich wollte ja gleich, die Daten aufs Wesentliche begrenzt. Und der Chaos Computer Club in Mainz-Wiesbaden hat da einfach auch mal so ein Projekt in die Hand genommen und durchgezogen. Finde ich einfach ziemlich cool. Die haben gesagt, wie kommt es, dass wenn man umzieht, als allererstes gleich von Parteien wieder Werbung bekommt, wie ein neuer AOL-CD im Briefkasten. Was macht das Einwohner-Meldeamt eigentlich mit meinen Daten und was kann ich dagegen tun? Und haben sich dann da einfach hingesetzt und haben auf den Behörden-Webseiten so lange rumgeklickt, bis sie alle Formulare gefunden haben, haben das ordentlich dokumentiert auf ihrer Webseite. Und eigentlich bräuchte es sowas so für jedes Bundesland, für jedes Einwohner-Meldeamt, dass man einfach Postleitzahl eingibt und sagt, hier sind so die Abläufe, mit denen du verhindern kannst, dass wenn du umziehst, GEMA, die Parteien oder sonst wer, deine Adressen bekommt. Das ist natürlich da auch nach den Melde-Gesetzen so ein bisschen abgestuft, gegen welche Datenweitergabe man sich aus welchen Gründen wehren kann. Aber die Dokumentation, dort einfach sich hinzusetzen, einfach die Mühe zu machen und das als Public Service anzubieten, finde ich einen ziemlich coolen Zug und sollte eigentlich von allen Chaos-Treffs und Erfers einfach mal so als Public Service mit auf der Seite angeboten werden. Und wo wir bei Mainz und Wiesbaden sind, die haben inzwischen zum neunten Mal sich auch dem Nachwuchs gewidmet, haben ein Projekt heißt Chaos for Kids, in dem sie einfach dort im Rahmen ihrer Möglichkeiten den Nachwuchs löten, programmieren. Jetzt das letzte Mal haben sie einen Android-Workshop mit angeboten, wie man schnell ein kleines Android-Programm hacken kann. Und diese Nachwuchsarbeit ist doll wichtig. Es ist da, wo unsere Neumitglieder herkommen. Es ist da, wo wir unsere Ideen von der digitalen Welt natürlich verankern müssen, wo wir auch unsere Fühler behalten müssen. Und dieses Chaos for Kids reiht sich damit ein in so einem Reigen eines größeren Projekts, was Chaos macht Schule heißt, was seit 2008 so ein, ja, Schulungsangebote, Vorträge und Workshops für Schulen anbietet. Aber nicht nur für so, ja, jetzt im Unterricht, sondern so begleitend Elternabende, wo Eltern darauf vorbereitet werden, was ist eigentlich das Internet, wie erklärst du es deinen Kindern, wie gehst du damit um, wenn deine Kids in der Schule dann Internet benutzen, wie bereitest du die darauf vor? Es gibt im Rahmen dieses Chaos macht Schule-Projekts natürlich auch Vorträge, die sich an Schülerheld richtet. Die Schüler werden dort zu Risiken von Netznutzung, von Datenschutz, was das Urheberrecht im Netz bedeutet, wo da die Fallen sind, gebrieft. Aber auch in München gibt es Zusammenarbeit mit der Universität, wo in der Lehrerausbildung für Informatiklehrer auch Chaos macht Schuleaktivisten aus den Chaos-Treffs und Erferkreisen dahergehen und die Informatiklehrer, die angehenden Informatiklehrer darin briefen, wie sie im Unterricht diese doch immer wichtigeren Themen auch kommunizieren können. Die Netznutzung, Medienkompetenz und gerade heute ist Chaos macht Schuletag hier auf dem Kongress. Es gibt diverse Workshops zum Thema CMS. Es gibt freien Eintritt für Schüler und Eltern. Für einen Elternteil. Die Patchwork-Familie, man kann ja nicht mit einem Kind und vier Leuten kommen. Genau. Du meinst, das Alibi-Kind? Es gibt übrigens auch, also nicht nur über das Projekt selber gesprochen, sondern auch wirklich Workshops für die Kids natürlich angeboten. Also das ist so eine Kombination aus, wir stellen ein Projekt vor und wir haben auch Workshops selbst zu Themen, so Alarmanlagen, Basteln. Ja, diese kohlenautomatisierten Bugs, die da überall rumlaufen. Ja, Pettabugs heißen die. Hm, super. Ja. Also ich meine, wer selber mal so einen Workshop an der Schule machen will, kann sich, ah, also es gibt ccc.de slash Chaos macht Schule, da stehen die Kontaktinformationen. ccc.de slash Schule. Nur Schule? Nur Schule. Ah, nur Schule, um so besser zu merken. Wer das mal gemacht hat, macht auch einfach großen Spaß, aber das ist natürlich auch irgendwie ein typisch ccc-politisches Anliegen. Denn dahinter steht ja auch der Gedanke, dass es vielleicht auch ein bisschen zu viel Klicker gibt und zu wenige, die die Technik noch verstehen. Und also gerade so sich mit Jugendlichen auseinandersetzen und ihnen den Spaß zu vermitteln, Technik und Hardware und Software auseinanderzunehmen und neu zusammenzusetzen, ist natürlich auch für denjenigen, der diese Workshops gibt. Wir haben ja, glaube ich, alle schon mal gemacht. Auch ziemlich befriedigend. Und richtig beispielgebend ist da eigentlich der CCC in Dresden. Der hat während seiner Datenspuren jetzt, glaube ich, schon das dritte Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, da auch so einen richtigen Junghacker-Track, wo erstaunlich kleine Kinder kommen. Es war eigentlich mal so geplant, so eher so für die 10- bis 12-Jährigen, wenn ich mich richtig erinnere, aber dann standen da eben auch 5- bis 6-Jährige. Also dieses Jahr war ich leider nicht da. Aber im letzten Jahr hatte ich da schon so ein bisschen so, da standen dann wirklich kleine Kinder mit einem Lötkolben in der Hand. Aber es war super. Also die hat prima funktioniert. Und es ist auf jeden Fall eine Anregung auch für die anderen Veranstaltungen, also kleinere Veranstaltungen in den Erfers, so einen Junghacker-Track da einzubauen. Und es macht eine Menge Spaß und bringt auch eine Menge Freude, nicht nur für die Kinder, sondern auch für ihre Eltern, wenn die dann sehen, dass die Kids plötzlich sich anfangen, für dieselben Sachen zu interessieren. Ich glaube, es sind diese coolen Hardware- und Softwareprojekte, die da in diesen Erfers-Appel abgehen, sind einfach so, ja, Kern, Herz und Seele des Clubs, dort den Spaß am Gerät, diesen Drang zum Zerforschen von Elektronik und von Software, findet natürlich dort in diesen Erfers statt, wo wir gerade bei der Nachwuchsförderung sind. Köln hatte lange Traditionen mit seinem U23-Projekt, haben jetzt sich zuletzt da aus dem STM 32 eine eigene Spielkonsole zusammen gebastelt, haben Hardware und Software veröffentlicht. Wir haben coole Projekte Dresden, haben wir gerade erwähnt, in Freiburg haben sie sich mal eben einen Geigerzähler selber gebaut, um Umweltradioaktivität messen zu können. Aus dem Dorf kommt das Vorverkaufssystem her, ganz in der Tradition vom Pentabarf, dass wir, wenn es keine coole Software gibt, dann eben die Infrastruktur selber hacken, wie auch im FRAB gesehen. Dieses Cache ist von Zackix geschrieben worden, der das auch gerne für andere kongressnahe Hacker-Veranstaltungen als Vorverkaufssystem anbietet. Und München natürlich, nachdem alle Hacker-Spaces angefangen haben, coole 3D-Maschinen sich zu bauen, ist München ganz vorne dabei gewesen, haben sich dann in so einem RAP-RAP-Handschellen-Schlüssel gebaut, mit denen man so die handelsüblichen, handelsüblichen ist vielleicht das falsche Wort, aber die von der Polizei eingesetzten. Handelsübliche und nicht handelsübliche Handschellen. Aufmachen kann. Und die Rocket, die auf dem vorletzten Kongress das erste Mal rumging, wurde dann auch so modifiziert und umgebaut, dass damit irgendwie auch echte Raketen in München gelauncht worden sind. Eines der Dinge, die halt in vielen Hacker-Spaces und einfach quasi stattfindet, ist, dass wir uns mit Drohnen auseinandersetzen, ja schon seit einer Weile, also seit einigen Jahren, gibt es da Bastelprojekte, Forschungsprojekte, wo zum einen natürlich versucht wird, mit zum Beispiel Quadrocoptern halt, sowas wie diese Geiger-Zieler durch die Gegend fliegen zu lassen oder andere spielerischen oder auch nützlichen Umgänge damit zu pflegen. Das ist auch ein relativ typischer Umgang des Clubs mit solchen Themen. Also wir versuchen einfach, erst mal die Technologie zu verstehen. Was steckt da eigentlich hinter? Was kann diese Technologie? Um dann auch darüber reden zu können, was sind denn die gesellschaftlichen Implikationen? Also Drohnen waren ja im politischen und militärischen Raum dieses Jahr ein großes Thema, insbesondere weil es auch immer mehr Richtung Autonomie geht, also dass diese Drohnen oder autonomen militärischen Systeme immer mehr eigenen Handlungsspielraum bekommen oder bekommen sollen. Die Bundeswehr will jetzt auch gerne autonome Drohnen haben, die militärisch beaffnet sind. Und diese Art der Auseinandersetzung zu sagen, okay, wir gucken uns diese Technologie an, wir versuchen sie zu verstehen, um dann darüber reden zu können, ist bei diesen Drohnen natürlich insofern von großem Vorteil, als dass wir da einen gewissen Informationsvorsprung haben, in dem Sinne, dass wir hands-on verstehen, was da eigentlich passiert und wohin die Reise gehen wird und wohin der Trend geht und warum es notwendig ist, dass es da zum Beispiel so etwas wie internationale Abkommen gibt und dass es halt so etwas geben muss, insbesondere für militärische Drohnen wie eine Markierungspflicht. Also dass klar ist, dass auch Überwachungsdrohnen zum Beispiel der Polizei nicht einfach ohne Regulierung verwendet und benutzt werden dürfen. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich versuchen, dabei zu verhindern, dass der, ja mal die Freiheit zu basteln und zu experimentieren, bei der Gelegenheit mit eingeschränkt wird. Das ist halt immer eine, beide Seiten der Medaille, die wir da betrachten und wo wir damit spielen. Und deswegen ist es auch wichtig, eben solche Technologien einfach hands-on auszuprobieren, um hinterher qualifiziert darüber reden zu können. Als besonderes Schmankerl gibt es da natürlich auf der Münchner Webseite, die sich dem Drohnenprojekt dort widmet, auch noch eine Crash-Statistik, in der einfach dokumentiert wird, ja warum ist gerade meine teure Drohne abgestürzt und was ist dabei kaputt gegangen und wie kann man es das nächste Mal vermeiden. Und das ist genau so diese Art von Wissen, die man eigentlich andere Leute ansammeln lassen möchte, bevor man dann selber dieselben Fehler nochmal mit seiner mühsam zusammengebastelten Drohne macht. Nun gibt es ja auch noch die Kategorie, die wir nirgendwo zuordnen konnten. Gehört nicht zu einer Veranstaltung, ist nicht irgendwie in der politischen Arbeit einzusortieren, sondern ist mehr so die Kategorie Einzelhack. Da haben wir eigentlich immer ganz schöne jedes Jahr, aber wir haben eine besondere ausgewählt, denn wir sind ja, also der CCC ist schon seit langem, ich glaube jetzt sechs Jahre oder so, in dieser Initiative stoppt die Gesundheitskarte. Allerdings zugegebenermaßen nicht besonders aktiv, allerdings gibt es da immer noch eine kleine, sehr aktive Gruppe und deren Informationen verbreiten wir auch mal gerne weiter, sondern so Ärzte-Nerds halt. Und der coolste Einzelhack war dann wohl wahrscheinlich dieser in diesem Jahr, von einem unbekannten Hacker. Also davon hatten wir einige Varianten, aber die war irgendwie auch die schönste, in gewisser Weise. Das ist der, oder? Ne, guck mal, die Mundpartie ist anders. Aber das Kinn, guck mal, das Kinn passt doch, oder? Ne, der ist viel zu dick für Iggy Pop, hast du den mal gesehen? Iggy Pop ist nicht dick. Ne, aber der Typ. War jetzt nur so ein kurzer Schlenker, weil eigentlich waren wir gerade so beim Übergang zu den 3D-Projekten. Ne, zu den coolen Forschungsprojekten, die neben den Hardware- und Softwareprojekten, gibt es diesen Bildungsauftrag, den wir auch mit den Vorträgen auf dem Kongress pflegen und auch auf den anderen Veranstaltungen, dass wir uns mit unserem Sendungsbewusstsein auch auf eine Art und Weise verpflichtet fühlen, Volksbildung zu betreiben, unseren Besuchern, unseren Besuchern daran teilhaben zu lassen, mit, was wir uns beschäftigen. Und das findet natürlich im Kleinen auch immer in den offenen Tagen in den Erfers statt, in den Vortragsreihen, die sie da führen. Und eins von den Dingen, die ich da total cool finde, ist, dass sie in Berlin dort einfach so ganz ruhig, dass das Osmo.com-Projekt seine Arbeit macht und dort mal eben OpenBSC programmiert, also was hier auch auf dem Kongress benutzt wird, um ein GSM-Netz aufzubauen und können dann natürlich mit dieser Infrastruktur, die sie da gebastelt haben, mal gucken, was dann so ein Baseband, die Software, die auf dem Baseband-Prozessor draufläuft, wie die sich so verhält, wenn die Basisstation mal nicht so freundlich gesinnt ist dem Telefon. Aber wo sie gerade dabei waren, haben sie dann natürlich auch noch eine eigene Baseband-Software geschrieben, die dann auf den Telefonen laufen kann. Also sie haben dasselbe für Tetra gemacht und haben, wo sie dann auch dabei waren, noch ein bisschen B-Attachable-Hardware gebaut, wo sie über GNU-Radio-Integration auch einfach mal alles mitschneiden können, was da an diesem Baseband vorbeikommt. Finde ich, ja, so ein kleines Feines Hub-Projekt, was früher hier auf dem Kongress auch mehr Beachtung gefunden hat. Das ist... Applaus Na, was sich auch in Hamburg jetzt erfreulicherweise wieder herausgebildet hat, was in den letzten Jahren ein bisschen weniger war, die Freifunker sind wieder aktiv. Mit dem Umzug in die neuen Räume haben sich da ein paar Leute gefunden, die einfach mal wieder angefangen haben, Not zu bauen und in der Stadt zu verteilen. Und die sprießen gerade wie Pilze aus dem Boden. Und die haben sich also mit den Lübeckern zusammengetan, die ja traditionell sehr, sehr starke Freifunkgruppe hatten. Und da geht was. Also ich hoffe, dass wir zum nächsten Kongress diese Stadt so langsam mal flächendeckend mit Freifunk versorgt haben. Applaus Ja, eine der Technologien, die in vielen Hackerspaces, also auch den CCC internen und nahen Hackerspaces doch sehr viel Verbreitung findet, ist so alle Arten von 3D-Fertigung, sei es additiv, also mit 3D-Druckern oder subtraktiv mit 3D-Fräsen. Da ist eine Menge, passiert ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus, was so passiert. In München gibt es eine sehr intensive Auseinandersetzung mit. Wir hatten schon die Open Handschellen erwähnt. Da geht es aber auch um Software. Also die interessante Nachricht zu diesem ganzen 3D-Fertigungsding ist, es ist eigentlich alles ein Softwareproblem. Die Hardware kriegt man schon irgendwie hin, aber die Software ist immer noch ein Problem. Und da gab es ja noch so diesen kleinen Wettbewerb so zwischen Kaiserslautern und Mannheim, so wenn ein Hackerspaces anfängt, solche oder ein Erferkreis anfängt, sich so Technologie zu bauen oder zu beschaffen, dann wollen die anderen halt auch, was wir sehr begrüßenswert finden, weil sich damit auseinanderzusetzen, wie wir Produktionsmittel wieder in unsere eigenen Hände kriegen können und wie wir uns in die Lage versetzen, Dinge zu bauen, die wir entweder nicht kaufen können oder nicht kaufen dürfen oder die wir uns gerade ausgedacht haben und die es einfach schlicht nicht gibt, dann sind diese Fertigungstechnologien interessant. Auf der Meta-Ebene ist natürlich auch die Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Folgen davon spannend. Es wird, denke ich, im nächsten Jahr etwas intensiver passieren, nämlich die Frage, wie viele Arbeitsplätze gehen dadurch eigentlich verloren, werden dadurch neue Arbeitsplätze geschaffen, wie finanzieren wir als Gesellschaft einen derartigen sozialen Umbau. Und diese Fragen entstehen wiederum auch aus so der konkreten Beschäftigung mit der Technologie, dass man plötzlich versteht, dass plötzlich alles ganz anders sein kann, als es bisher ist. Selbst wenn man da nur so einen kleinen Plastedrucker sieht, der irgendwie gerade so einen kleinen Würfel druckt und man sich dann vorstellt, okay, was wäre, wenn er jetzt plötzlich irgendwie einen Kubikmeter Edelstahl dahin drucken kann und man sich seinen Motorblock selber drucken kann und so weiter. Also diese Art von Auseinandersetzung aus der konkreten technischen Beschäftigung, eben auch die politischen und gesellschaftlichen Themen abzuleiten, ist da gerade bei diesem 3D-Druck und 3D-Fräsen auch sehr präsent. Und eines der richtig coolen 3D-Projekte, die hier auch dem Kongress auch Anklang gefunden haben, ist natürlich die Zuckerwattemaschine, die dieses Raumzeitlabor gebaut hat. Ist nicht ganz so präzise wie der 3D-Drucker, aber verdammt lecker. Und jetzt muss ich mir selber irgendwie den Ulrich Wickert-Preis für den nonchalantesten Übergang zum krassen Thema verteilen. Wir haben da gute Neuigkeiten. Naja. War es. We care for you. Auf einer unserer Veranstaltungen Freiheit statt Angst in 2009 wurde einer unserer Teilnehmer von der Polizei wirklich sehr hart angegriffen. Und der KS Computer Club hat diesen Fall betreut. Wir wollen, dass ihr auf unseren Veranstaltungen sicher seid und wir kümmern uns darum. Die Stadt Berlin hat dem Opfer dieses Prügelpolizisten jetzt ein Schmerzensgeld von 10.000 Euro zugestanden. Damit eigentlich fast ein Schuldeingeständnis. Das Verfahren gegen die beiden Polizisten ist schon in erster Instanz entschieden worden, wie die Staatsanwaltschaft findet, zu milden Strafen. Aber auch die Polizisten haben Berufung eingelegt. Und wir warten jetzt darauf, was passiert. Aber trotzdem hat dieser Fall auch für eine Kennzeichnungspflicht in Berlin gesorgt, die zurzeit nur so zur Hälfte umgesetzt wird. Und wir hoffen, dass wir die Kennzeichnungspflicht irgendwann vollständig bekommen, ohne dass das nächste Mal noch jemand wieder darunter leiden muss, dass sich die Lippe abgerissen bekommt, wenn er auf einer Veranstaltung einfach sein Recht auf Demonstrationen wahrnimmt. Auch für eines der Club-Themen. Also ich wollte eigentlich kommunizieren, wir versuchen auf euch aufzupassen, auf alle uns zur Verfügung stehenden Auf- und Weisen. Eine der letzten öffentlichkeitswirksamen, größeren Aktionen, die wir dieses Jahr gemacht haben, war die Stellungnahme zur Antiterror-Datei bei der Anhörung beim Bundesverfassungsgericht. Da haben wir schon etwas ausführlicher darüber erzählt, hier auf dem Kongress. Für die, die ja nicht dabei waren, es geht darum, dass es ein Gesetz gibt, in dem aus allen möglichen Behörden Daten machen, insbesondere den Geheimdiensten und den Polizeibehörden, Daten von sogenannten Terrorverdächtigen zusammengefasst werden, für die es dann keine Möglichkeit, also keine effektive Möglichkeit mehr gibt, aus dieser Datenbank rauszukommen oder auch nur herauszufinden, dass sie drinstehen. Diese Datei ist vom Verfassungsgericht anhängig, sie wird beklagt. Konstanze war da als Sachverständige für den Club und hat Stellung genommen, wir haben eine schriftliche Stellungnahme dazu verfasst. Ich denke, wir können das Urteil, also wer sich das im Detail anhören will, kann sich ja unseren Vortrag von Tag 1 noch anhören. Ich denke, das Urteil wird im Frühjahr zu erwarten sein. Natürlich hat das Gerücht im Prinzip ja auch die Möglichkeit, sich länger Zeit zu lassen, aber so unsere Erfahrung von den letzten Anhörungen, die ja auch immer im Herbst waren, wird wahrscheinlich im Frühjahr zu erwarten sein. Natürlich, wir haben schon ein bisschen orakelt über das Urteil, weil wir haben eigentlich keine Zweifel daran, dass Teile dieses Anti-Terror-Datei-Gesetzes verfassungswidrig sein wird, aber interessant wird ja wie immer eher, wie wird es begründet, wie strikt werden die Einschränkungen, da müssen wir uns wohl noch ein bisschen gedulden. Ja, meine sehr verehrte Damen und Herren, Hacker und Hackerinnen, wir sind damit am Ende unseres Jahresrückblick jetzt, aber wie immer... Einen haben wir noch. Einen haben wir noch, denn wir hoffen, dass wir die entspannte, schillige Atmosphäre und auch so den Drang zu Hands-on fortsetzen können, nämlich im Sommer in Holland. Ich hätte auch noch eins, weil wir haben ja jetzt hier eine gewisse Zeit in diesem dunklen Raum gesessen. Es gibt gleich um 14 Uhr vor dem CCH eine Freedom Not Fear Demo gegen Überwachung und staatlichen Eingriff. Wenn ihr raus möchtet und es ist eine gute Sache, geht mit. Da kann man sogar eine rauchen, dabei hat es in Hamburg draußen erlaubt. So, und wie wir gesehen haben, ist das Universum der Erfakreise und Karsen-Hackers-Bälle relativ groß und wir haben aus der riesigen Liste von Sachen, die wir gebeten wurden zu erwähnen, natürlich nur ein paar ausgewählt, die uns besonders bemerkenswert erschienen und eine ganze Menge Sachen nicht erwähnen können. Wenn ihr noch Sachen habt, auf die ihr hinweisen möchtet, also besonders coole Projekte, die auch hier so auf dem Kongress sind oder wo ihr sagt, okay, daran arbeiten wir gerade, daran basteln wir gerade oder ansagen wollt, dass ihr irgendwie gerade dabei seid, hier und da noch einen Chaos-Treff oder einen Erfakreis zu booten, dann wäre jetzt die Gelegenheit, an den Saar-Mikrofon. Also wir würden uns sehr freuen, anders als sonst in den Jahren, wenn wir einen kleinen kommunikativen Aspekt hätten und Projekte, vor allen Dingen solche, die vielleicht hier zum Angucken sind, also die Menschen, die diese Projekte machen, dazu auffordern sie, vielleicht hier nochmal zu nennen und ein bisschen Engwerbung für ihre Projekte zu machen, wo man mal hingehen kann und sich austauschen kann. Gibt es da Freiwillige, die sich an die Mikrofone wagen? Mikrofone stehen in den Gängen. Hi, ich bin vom Karlsdorf in Düsseldorf und wir haben was, was so völlig untechnisch ist bei uns, aber zurzeit ziemlich gut läuft. Wir brauen Bier. Ein nöbliches Projekt. Karlsruhe hat es vorgemacht. Wir brauen unser Own Beer, um zu zeigen, dass die Sorten, die auf dem Markt sind, nicht alles sind, was es gibt, dass es noch viel mehr Möglichkeiten gibt. Ihr könnt euch auch auf unserer Webseite umgucken, kaosdorf.de. Guckt mal rein. Habt ihr eine Verkostung? Wir haben welches dabei, klar. Sonst noch Fragen aus dem Publikum? Beziehungsweise Ansagen? Oder nicht? Trau dich. Also nach dem tollen Erfolg vom Hamburger Transparenzgesetz einfach die Frage, soll an der Stelle nicht fortgesetzt werden? Also gestern Abend haben wir diskutiert beispielsweise, dass jetzt dieses grün-rote IFG in Baden-Württemberg ansteht und im Moment in geheimen Sitzungen im Innenministerium ausgemauschelt wird. Es wäre doch einmal ganz toll, wenn man das dann transparent macht und wenn nach Hamburg jetzt ein großes Flächenbundesland so etwas auf den Weg bringt, wäre es eine tolle Geschichte. Könnte da die Initiative nicht auch vom Kongress hier ausgehen? Ich fände das ganz schick. Haben wir gestern Abend noch diskutiert. Also meines Wissens nach gibt es bereits drei Initiativen, bundesweit. Die eine geht von Rheinland-Pfalz aus, wo ohnehin ein Informationsfreiheitsgesetz erneuert werden soll, vor allen Dingen aber auch der Bevölkerung bekannt machen soll. Und die Frage da eben jetzt auch ist, will man gleich ein Transparenzgesetz machen? Es gibt natürlich in Berlin die Frage, ob es zu einem Transparenzgesetz kommen wird. So wie ich es bisher mitbekommen habe, gibt es da auch relativ viel parteipolitischen Streit. Aber die Chancen sind ja da. Also mehr Demokratie in Nordrhein-Westfalen, was natürlich ein Hammer wäre, weil es ist einfach mal das größte Bundesland. Die sind dran, die wollen das in Nordrhein-Westfalen durchsetzen. Nur wenn du es halt auf dieser Bürgerinitiativen-Ebene machen willst, ist halt Hamburg dieser Sonderfall, dass wir halt hier diese verpflichtende Bürgerbegehren haben. Und ich sage mal, du musst in Hamburg für so ein Bürgerbegehren innerhalb von drei Wochen 70.000 Unterschriften sammeln. In NRW brauchst du innerhalb von sechs Monaten eine Million. Das ist dann mal einen anderen Schnack. Und von daher wäre es total toll, wenn sich da Initiativen finden. Wir Hamburger helfen auch gerne bei wie macht man das, an wen geht man ran. Die Politiker in Berlin, sehen wir gerade, streiten sich jetzt, wer den schöneren Vorschlag gemacht hat, statt sich zusammenzusetzen und das mal zusammen auszuknobeln. Also vielleicht muss man da mal so ein bisschen Politikberatung spielen und mal denen zeigen, wie es geht. Ist das ein Businessmodel? Politikberatung? Ja, nur unbezahlt. Ja, auf der Karte könnte man noch einen kleinen Punkt dazu machen. Es gibt mittlerweile einen Chaos-Treff in Oldenburg. Yay! In Oldenburg? Ja. Ich mal den mal kurz ein. Ja, der ist, ich glaube, vor zwei Monaten hat er sich gegründet oder so, also kurzfristig. Bin da selber noch nicht vorbeigeschaut, leider, aber außerdem haben wir einen Hackspace. dieser Kreativität trifft Technik e.V., der hat den gegründet. Habe ich den Namen jetzt auch vergessen, aber den gibt es da auch. Also Oldenburg ist jetzt auch so ein bisschen auf der Karte. Wir werden es nächstes Jahr dann nachtragen. Dankeschön. Bling! Möchte da uns doch jemand sich äußern? Ja, einer rennt. Ja, wo wir gerade bei Gründungen sind von neuen Chaos-Treffs. Gestern hat sich der Chaos-Treff Siegen gegründet, hier am 29 C3. Und wir haben jetzt in Siegen auch einen neuen Hackerspace, den HCV. Und alle Leute, die irgendwie aus dem Siegersauerland oder Westerwald kommen, meldet euch mal bei uns, sie brauchen mehr Leute. Okay. Das ist ja generell mein Ratschlag. Ich glaube, mit diesem Ruf nach... Achso, entschuldige. Mein Ratschlag ist ja immer, bereist die Airfas und die Chaos-Treffs. Das ist so viel Spaß und ihr findet immer ein Sofa, um irgendwo zu crashen, das geht. Also, um es nochmal zu sagen. Ihr habt gesehen, wie viele Punkte auf der Karte sind. Und in den allermeisten dieser Airfakreise und Chaos-Treffs ist eine Menge los, auch wenn wir jetzt, wie gesagt, hier nicht alles unterbringen konnten. Weil einfach die Zeit sonst ein wenig erlangen wird. Es gibt viele Aktivitäten in allen möglichen Airfakreisen. Wenn ihr denkt, die machen mal gar nichts so. Also, was weiß ich, so Bremen ist so ein typisches Beispiel, fällt einem immer wieder nicht ein. Einfach mal vorbeigehen, einfach mal die Leute mit den Leuten reden, einfach mal kontaktieren. In den allermeisten dieser Airfakreise und Chaos-Treffs ist eine Menge los. Nur viele sind halt jetzt nicht so publicity-süchtig, dass sie irgendwie da große Webseiten draus machen oder viel drüber reden. Insofern, ja, mehr miteinander reden, auch zwischen den Chaos-Treffs und Airfakreisen, ist auf jeden Fall ein guter Plan. Applaus Okay, wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt, dann bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit und wünschen ein erfolgreiches CTC-Jahr 2013. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.